und und der Worms Clan Wars zusammen mit Gamer ich hab gedacht er wäre eine Cola Dose bei dir links wer ist wohl dran Daviddorf oder was das ist immer Daviddorf als erstes dran ja wahrscheinlich ja es ist Daviddorf als erstes dran wie hast du deine Würmer benannt Daviddorf Butterflieger ja dann ist Daviddorf immer als erstes dran kommt darauf an wie du deine Würmer benennst ich weiß das war nicht geplant das war saugut bis dahin eigentlich will man ja gar nicht da runter aber ich wollte ja nein als ob Baseballschläger und weg obwohl so scheiße steht man ja gar nicht scheiße boah war das Fail falsch an nein aber ich glaube der bleibt hängen oder also du musst auf jeden Fall relativ hoch zielen das ist zu niedrig es ging nicht höher echt nicht nein also okay wusste ich nicht verdammt werden die Waffen knapp ja nach der ersten Runde natürlich ach schon Esel ich will ein Esel ich will ein Esel ich will ein Esel oh guck mal hier ob ich was anderes gekriegt gar nicht ein Juistus oder so ich hab ne richtig geile Moment mal es könnte gar nicht so ein Juistus sein in dem Fall äh zu Pirate Schöne UC hast du da ja war schön ne hab ich grad gezogen Boah geil von 30 Schaden ist gar nicht so wenig aber könnte mehr sein der hätte man mit ner Rakete mehr Schaden gemacht Irgendwann hätte ich mit ner Shotgun fast das Doppelte gemacht ich wollte dich eigentlich erst zum Fassball in deiner Fassabbahn damit du mehr kriegst aber ja was werden wir mit ner UC verlangen nee 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 damit reicht sogar ein Stupser da wird ein Stupser reichen unten links mach Stupser Geil es nicht wie der Stupser funktioniert einfach rangehen und der Stupser ist der Stoß oder? äh ist der Stoß? ja ist der unten links ja und jetzt wie? direkt rangehen wie ein Baseballschläger sozusagen müsste reichen einfach machen ja Boing das ist einfach so lame das Ding das ist so, so ha leck meine Eier du wirst es einfach tot das ist so lame das Ding that was she said der hat eigentlich volle Bunker ja ich weiß nicht ob ich den benutzen will den Bunker oder eigentlich auch hier weg will ach so ich hätte die Kiste oben geholt die Kiste war nice die will ich mir auch holen die will ich mir auch holen so sterbt die Kiste das Wasser geht ja sogar weg Gerärend deiner trinkt unten der war nicht so verglich der auch so das war der ACHO der DAUAAH mann Ich krieg immer die Würfel, die wir- Ups. Als letztes ausgetauscht habe. Ja, ist auch so. Wie viel kostet der Diebse eigentlich? 30. Nein, lass die Butter fliege. Die arme, arme Butter fliege. Aber die steht da gut. Welche Vorstellung kriegst du nicht mehr? Äh, Scheiße. Hi. Nein! LOL! Boah, ne ey, die alle schreien doch auf einem Fleck. Einer von denen ist jetzt dran. Perfettig. Ja, hoffentlich. Ich denk dir unten rechts. Ja, so schwuler Riese ist dran. Hm, sorry. Boah, kennst du meine Überreinfolge besser aus, als wenn ich das sehe? Äh, weil ich hab gesehen, dass der schwule Riese seinen Namen vor die Butter fliege gegangen ist. Und das heißt eigentlich, dass der Charakter noch dran ist. Ich möchte es hier eigentlich nicht haben. Bei mir wäre es jetzt das nächste Stimmungskiller. Mein nächster Wurm wäre der Stimmungskiller. Gut zu wissen. Aua. Ich hab mir. Boah, ich hab hier oben vier, ne, drei Stück, das ist zu viel. Boah, fuck. Was? Ne, Judas. What the fuck. Okay. Boah, ich war letztens, äh, erst um vier im Bett, alter. Weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, guckst du die ganze Zeit Videos, weißt du? Guck raus. Die Sonne geht auch hoch. Ich lege immer so. Okay. Ich kenn das so. Man ist so entspannt und schaut einfach und dann denkt man sich, greiße. Der wurde immer so, äh, oh. Der Stupser wird nicht reichen, glaub ich. Der Stupser reicht auch nicht. Bei dem Pferd. Was? Wie hoch? Alter. Easy. War's ein fetter? Ne, ja. Nein. Das war Schatten, ne? Sonst. Der ist nicht fett. Der Shadow Let's Build ist eigentlich fett? Was? Ob Shadow Let's Build fett ist. Der Let's Build ist fett. Verdammt. Dem, dem, dem User join the channel. Guten Tag, wer ist da? Hi Max. Wir nehmen gerade Broms auf. Ich hab's an der Leisung, äh, ich hab's an der Stimme gehört, weil Max am Anfang immer so leise ist, wenn er den Channel anjoinnt. Der cowl von Eier war mit dem Spiel. Ich hab's an der Leisung und hier ist das gehört. Warum? Hi. Hallo. Ich hab von Luca gehört, dass du wieder getornen möchtest. Ja, es wie kacke, ich hab acht Spiele hintereinander gebunden, endlich mal einen Upgrade. Zwei Spiele verloren. und am Ende aber ich nicht wollte und dann kann man wohl auch gerade doch nicht ein Buch aber auch sechst du nach oben ich bin halt nicht inhalten wo auch nicht ich wollte also ich bin der größte Bock ich kenne ja jetzt weiter um hat er mich jetzt warum hat er mich jetzt eigentlich nicht freund zu sein einfach war nicht blöd vielleicht jo mach mich nicht kaputt jaa wir hatten mein comment äh er hat ein profil gezeigt jaa ich brauch noch einen Gamer dann hab ich ganz team wie eine Ahnung auf meiner profil dass sie es zeigen lassen jaa krieg's jetzt zurück was scheißbulle kann man nur so kacke sein stirb du scheißvieh halt er braucht mir nen Weg zu der Kriste eben komm mal noch einmal haha abu ich find die Geräusche hier so witzig mach mal deinen eigenen Wurm da links weg nein ich bin nicht du hey hab ich auch noch nie gemacht ähm du kannst der Erste sein erstmal der Turm aber du kannst du kannst der Erste sein du kannst richtig äh sei doch nicht so mensch wie man mach meine Würmer weg mach deine Würmer weg hipster hab ich ja ich hab mein Team ich weiß grad nicht zurück so vermittelt das meine Freunde bis darauf wo sie auf dem Weg gering zu zogen fort wie das mich ert nein in der Zeit wenn die nächsten auch mein Gott auch ein Gott und das nicht bitte allein hat also es gibt um wie mache ich das denn jetzt Prozent du hast ganz viel Spaß mit uns zu schätzen ich finde es gut von den Kuchen teilen auch auch in der Zukunft der Schaden aber ich will kommen ich finde es aber schon witzig der eine aus dem Teil ist nicht aus dem Teil des Schätzers einer aus seiner Gruppe, mit der man spielt, der heißt Nini Felix der heißt aus dem übrigens Nuttkicker und ich hab's mir mal so gefragt, weil... ja Upp Warte kurz, warte ähm Na Yoshi, wie geht's dir? Yoshi, Yoshi! Jetzt muss ich hier so nen Yoshi ins Hand einfügen, Julian Was ist denn für ein, wo der gerade schwebt oder wo der so rackt? Ähm, Yoshi! Ähm, Yoshi! Watch this! Watch this! Ich finde dieses Piepsen vor der Halleluja-Granate immer so schlimm. Ich finde toll cool. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ähm, der eine aus den Teils, Teils. Das Teils-Team, der heißt ja, ähm, Felix, der ist ja Napsiker. Und der ist, der hat mich halt, äh, ich hab ihn halt so gefragt, ob er mir so einen, äh, Training-Link schicken kann. Weil er, ähm, weil, ähm, bei Baum? Oh, das ist... Ne, weil, äh, einfach weil ich ja von dem, von seinem ganzen Team, den R halt so die, äh, Sides auf dem Papier bin. Der hat ein App, Julian. Hallo, hörst du zu? Ja, ja, ich hör dir zu. Äh, weil ich ja von seinem ganzen Team ja die auf meinem Kanal, äh, auf seinem... Also, von demnächst, weil ich hab jetzt schon ein Tier von fünf, ja. Und, äh, deswegen hab ich jetzt gefragt, ob ich ihn halt jetzt, äh, ein Item schicken darf, damit er mir mal zu viel ist. Dann hat er gesagt, ja, dann hab ich immer die USP Glass Tiger geschickt, und dann sagst du, oh, 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 oh. Äh, Julian vertauscht, äh, ähm, äh, wie heißt das, Teletausch, äh, eine Runde? Ja. Wir brauchen eine Runde. Oh, fuck. Äh... Nee. Also, ich hab, ich hab jetzt meine Stat-Track Blood Tiger geschickt. Ähm, Max, hättest du meine, also wenn du meine ABP gehabt hättest, die, äh, Manowar, hättest du gegen eine M4A ein Cyber Beast getauscht? Nein! 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 Weil ich nie Arztspiel in meiner Wurm God zufrieden bin, ähm, aber... Julian! Ja, ich hab ne Wurm God, scathe immer. Ja, ich sag gar nix dagegen. Ja, Gerhard, ich hab ne Wurm God, bis jetzt, äh, du musst dich da auch noch rummachen, okay? Okay. Ok. Na, aber auch ich hab ne Wurm God, bis jetzt, du musst dich da auch noch rummachen, okay? Diese Teile hätten wir auch nur ein Leben. Ich kann ja mal so den Chipfaller vorlesen. Weißt du, weil ich immer so mein Glatt-Tiger und er sagt so krass. Dankeschön, ich so gerne, hat mich angerufen, wir haben jetzt hier 2.000 Euro gerufen. Und er sagt, ich werde demnächst nicht spielen. Ich sage so krass, ich werde euch nirgends von ihm sitzen. Ich so, morgen früh bin ich leer, ich ist da, morgen abends. Ich auch nicht, aber das Wachen muss sein. Kann ich nur Sachen packen? Also ich mach mal so, weil ich ja auch Klappenpapier. Wormsharpier ist vielleicht dabei. Von daher, ich hab also, ja, Wormsharpier, ich komm nicht so ganz so knapp, aber es ist auch egal. Ich hab ja so ein Wachen einfach festgestellt, dann wird direkt gestrippt. Wollen wir spielen hier Worms mit Max-Tron einfach so mit CSGO? Ja, ich spiel ja, ich spiel ja. Mein 1 HP Worm hat gerade einen von Lightning mitgemacht. Nice. Boah! Das kann nicht wahr sein! Du hitz! Siehst du denn, ich bin gerne schon. Und jetzt ist der weg. Der ist ja auch noch dran. Ja. Wie machen wir es denn? Ja, ich hab jetzt gerade für jede Waffe gesagt. Ja. 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 Wir haben schon gestanden, Novakoy! Hat im StatTrak MP9 deadly poison geholt? Deadly poison. ...deck, ich spiele irgendwie so nie MP9, aber wenn... ...man muss StatTrak erweißen, ja. Ich kennee mein Gott, ich habe überhaupt geblieben, ne... Und halt, wie ich schon gesagt, meine MP5 wird. Dann meine StatTrak-PTB-Gon-Blues geht. Dann eine Scar 20 Quotero. und dann war es so weg dass ich gar nicht so die ich nicht mehr ich bin ich bin und was er mit dem der Kälte ja und mein Wurm ist eingebaut dann habe ich noch eine Art die Verordnungen eine Augenblick wenn ich nicht erwartet und es ist mir abgedacht wurde und die Arten und meist ab Auf normale Life. Und auf der T-Seite, auf normale Life. Danke. Bitteschön! Bitteschön. Jetzt ist er auch noch dran. Vor allem, weißt du, wie spielen die die ganze Zeit Worms? Wo sie nur zu Max reden die ganze Zeit, weißt du? So kennt man nicht. So kennt man nicht. Das macht halt viel zu erzählen. Ja. Letztes werden es nicht. Obwohl doch. Obwohl, ich weiß nicht, was erzählen soll. Was ist das? Nein, ich hab nicht für alle warten lassen. Ist das was ich denke? Nein, Gamer! Ich helfe! Ja! Ich hab für die SG noch keinen Skin. Ich hab die von Luca bekommen. Ja, das will doch ich nicht. Geburtwuchsgeschenk, yay. Gib dir einfach mal zu Guri, wie die eingebaut ist. Nein! Boah, ich wurde grad wieder blöd. Ich denke einfach so, ja komm, hast mich andere zum Verschenken. Gott sei Dank. Gib dir einfach mal vergangen wollen. Ja, ich schonklasse. Ja, es wird aber weniger. Ja, ich hab' mit Bara, keineachen. Nein, nee, nein, ich hab' mit Bara. Ich schonklasse. Du hast du mir gedacht. Ja, ich hab' mit Bara. Na. Hu, ich bin ja so relativ isch. Ja, na, ich hab' mit Bara da. Du bist ich nicht! ich hab ja die sehn Du musst keller 16 Ja Stimmungskeller Nein, leider passt die 16 nicht mehr hin Ja, tacke Tacke Mann Ach so gut Dean ist dran Wo die meine Lebenskiste Mich? Nicht Boah, Alter, du musst grad sehen wie ich grad in Dings, äh, in Gamer Hä? Du musst den nicht grad in Wettbrüsten abgehen Okay Moment, Gamer, ach zu der Boah, Alter, du müsstest doch sehen, das ist krank, Gamer Das ist krank Krank Mann, das ist krank Ja, sechsmal gehen wir in den Aufnahmechannel, Julian Ja, gehen wir auch Willst du aber sagen, dass Max Nerv Gamer Weißt du, wie du am Anfang in den Channel reingejoint bist, hat Julian gesagt Hallo Max, wir nehmen grad Worms auf Aber du hast dich jetzt schon CSGO angefangen Und jetzt fragst du, wie er denn aufnimmt Ja, boah, wenn er so leise und unabhängig Das hat er laut gesagt Das hat er laut gesagt Nö, gestört hast du nicht Kannst ja labern, was du willst Mir hört mir keiner zu, ich möchte, dass diese Folge niemals auf jeden Fall fallen Nein Doch Boah, ihr seid dickseid In welche Richtung spring ich denn? Nein Moment, Moment Wasser kommt noch Nee, Wasser kommt nicht mehr Nein Stimmungskiller 16 mit 1 HP Hat überlebt Wenn das Wasser noch hochgestiegen wäre, hätte nur dein Wurm mit 1 HP überlebt Ja Nein Nein Das war's jetzt, wir mal mit dem Wurm mitgeben und Max im TSG Die ganze Zeit ist immer gelaufen, dass ihr die Freunde der Sofensilie Wer tun wir auch? Tschüss Bis dahin.